Eine kleine Steckbriefaufgabe. Steckbriefaufgaben, naja, das ist ja ein Aufgabentyp, der ist vielleicht ein bisschen special und ich möchte dir in diesem Video gerne ein Rezept zeigen, mit dessen Hilfe du Steckbriefaufgaben easy lösen kannst. Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Schauen wir mal rein. Ich habe eine schöne Steckbriefaufgabe hier vorbereitet. Sie lautet wie folgt. Der Graph der quadratischen Funktion f enthält den Punkt p mit den Koordinaten 0,4 und besitzt einen Tiefpunkt mit den Koordinaten 1 und 3. Der Tiefpunkt heißt logischerweise T. Man gibt die Gleichung der Funktion f an. Wir haben eine quadratische Funktion. Zwei Punkte sind gegeben. Von dem einen Punkt wissen wir sogar, dass er zugleich noch Tiefpunkt ist und wir sollen die Funktionsgleichung hier angeben. Steckbriefaufgaben funktionieren eben genau irgendwie andersrum als eine klassische Kurvendiskussion, wenn man so möchte. Bei Kurvendiskussion haben wir ja die Funktionsgleichung hier geben und wir sollen eben die Koordinaten besonderer Punkte ermitteln. Und bei Steckbriefaufgaben haben wir eben die Koordinaten der besonderen Punkte hier geben und wir sollen die Funktionsgleichung wiederherstellen. Das ist also einfach quasi einmal umgekehrt und ich zeige dir gleich das Vorgehen, das ich hier empfehlen würde, beziehungsweise das Rezept zum Lösen von Steckbriefaufgaben. Vorher würde ich dich aber zu zwei Sachen einladen. Erste Einladung, abonniere doch mal diesen Channel. Wenn du da Bock drauf hast und wenn du öfter mit mir trainieren möchtest, mach das gern. Du bist herzlich eingeladen öfter vorbeizukommen, würde mich freuen. Zweite Einladung, pausiere gern das Video und versuche die Aufgabe einmal selbstständig zu lösen. Gerne einmal üben und dann kannst du dir mein Rezept ansehen. Jetzt gern einmal das Video pausieren. Und dann schauen wir mal in das Rezept hinein. Das ist wieder so angelegt, dass wir verschiedene Steps haben und wenn wir diese Steps alle einhalten, wird es am Ende zum Erfolg führen. So funktioniert das ja hier auf diesem Channel immer. Ich versuche alle Aufgabentypen so zu formulieren, naja, dass man Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5 easy umsetzen kann und am Ende erfolgreich ist. Step 1, in Zeile 1 notiere die allgemeine Funktionsgleichung. Notiere die allgemeine Funktionsgleichung in Zeile 2, habe ich dann f von x gleich a mal x Quadrat plus bx plus c. Eine quadratische Funktion ist hier gegeben. Das ist hier die allgemeine Form einer quadratischen Funktion. a x Quadrat plus bx plus c. a, b, c sind reelle Zahlen. a, b, c sind reelle Zahlen. Und a ist ungleich 0 natürlich, weil sonst wäre es ja keine quadratische Funktion, aber das sei mal dahingestellt. Also versuch das gern so aufzuschreiben, auch wenn es jetzt eine kubische Funktion wäre, also eine Funktion dritten Grades. Easy. Erstmal die allgemeine Funktionsgleichung aufschreiben. Step 2, notiere alle gegebenen Infos. Notiere alle gegebenen Infos. Hier sind drei Infos gegeben. Und da müssen wir jetzt schön aufpassen, dass wir die schön sauber und ordentlich voneinander trennen. In Step 2 entscheidet sich, ob du die Steckbriefaufgabe gut lösen wirst oder ob es ein Informationsdefizit gibt. Also das habe ich in meinen Mathekursen ganz häufig gesehen, dass Step 2 entscheidend ist. Weil häufig werden hier Infos schon vergessen. Und dann haben wir ein Problem. Schauen wir mal in Zeile 4. Erste Info. Der Punkt P ist Element des Graphen von F. Der Punkt P mit den Koordinaten 0,4 ist Element des Graphen von F. Easy. In Zeile 5, Info 2, der Punkt T mit den Koordinaten 1,3 ist auch Element des Graphen von F. Der liegt auf dem Graphen. Das ist wichtig. In Zeile 6 haben wir noch die dritte Info. Groß T ist zusätzlich noch ein Tiefpunkt. Und das ist wichtig. In dieser Formulierung, dass Groß T mit den Koordinaten 1,3 Tiefpunkt ist, stecken eben zwei Infos drin. Groß T ist Element des Graphen der Funktion und ist zeitgleich auch Tiefpunkt. Das ist ein besonderer Punkt. Er erfüllt quasi mehr als der Punkt P. Es ist nicht nur ein normaler Punkt, sondern es ist sogar Tiefpunkt. Und das ist wichtig. Die drei Infos brauchen wir. Als Faustformel kannst du dir merken, wir brauchen immer genau so viele Infos, wie wir Parameter haben. Er mit drei Parameter. A, B und C. A, B, C. Und dann brauchen wir drei Infos. Wenn du nur zwei Infos findest, zum Beispiel nur Info 1 und 3, dann reicht das nicht. Dann werden wir diese Steckbriefaufgabe nicht lösen können. Ganz wichtig. Step 3 in Zeile 7. Drücke die Infos mathematisch aus. Wir schreiben es einfach nochmal ein bisschen anders auf. Zeile 8, 9, 10. Info 1. F von 0 gleich 4. Ist ja klar, denn die Koordinaten des Punktes P lauten 0 und 4. Wenn ich 0 in die Funktionsgleichung einsetze, kommt 4 raus. F von 0 ist gleich 4. Zeile 9 ist Info 2. Der Punkt T ist Element des Graphen. F von 1 ist 3. Denn die Koordinaten von T lauten 1 und 3. Also, wenn ein Punkt auf einem Graphen liegt, dann erfüllen seine Koordinaten die Funktionsgleichung. Ist ja so ein schöner Satz, den man sich gut merken kann. Also hier haben wir eben entsprechend die beiden Ausdrücke. F von 0 gleich 4 und F von 1 gleich 3. In Zeile 10 und T noch die dritte Info. F' von 1 ist 0. F' von 1 ist 0. Warum? Weil x gleich 1 zum Tiefpunkt gehört und eine Extremstelle ist. x gleich 1 ist eine Extremstelle. Demzufolge ist die erste Ableitung an dieser Stelle 0. Weil T ein Tiefpunkt ist, ist die erste Ableitung bei 1 gleich 0. Denn 1 ist die x-Koordinate vom Tiefpunkt. Das ist wichtig. Das ist eine Folgerung aus der notwendigen Bedingung für die Existenz lokaler Extremstellen. Jetzt haben wir alle Infos schön mathematisch und sauber ausformuliert. Und jetzt werden wir das noch ein bisschen ausführlicher machen. Dafür werden wir Step 4 anwenden. Formuliere die Infos ausführlich. Jetzt wenden wir die Funktionsgleichung an. In Zeile 12 bekommen wir dann A mal 0 Quadrat plus B mal 0 plus C ist gleich 4. Ich habe für x 0 in die Funktionsgleichung eingesetzt. In Zeile 2, wenn du so möchtest. Und kriege dann eben 4 raus. Naja, dann habe ich A mal 0 plus B mal 0 plus C gleich 4. Kann ich schon in Zeile 12 sehen, dass C gleich 4 ist. Das ist doch nett, oder? C hat den Wert 4. Das macht Spaß. Zeile 13. Da steht dann A mal 1 Quadrat plus B mal 1 plus C ist 3. Da setze ich jetzt quasi den x-Wert 1 in die Funktionsgleichung ein. In Zeile 2 habe ich A mal 1 Quadrat plus B mal 1 plus C gleich 3. Da muss der Funktionswert 3 rauskommen. Und dann ergibt sich in Zeile 13 die Gleichung A plus B plus C ist 3. Bei Zeile 14, da bilde ich jetzt quasi die erste Ableitung von F, also F' ist 2ax plus B. Wenn dir das zu schnell geht, kannst du auch die Ableitung in den Step 1 einfach nochmal dazuschreiben. Kein Problem. Zeile 14. 2a mal 1 plus B ist 0. Da setze ich also 1 in die erste Ableitung ein. Und dann ergibt sich hier noch eine kleine Minigleichung in Zeile 14. 2a plus B ist gleich 0. So, und jetzt habe ich alle Informationen aufgeschrieben, mathematisiert und ausführlich formuliert. Und das ist wichtig. Step 2 bis 4 ist halt extrem wichtig, weil ganz häufig Informationen verloren gehen. Wenn du schnell bist, kannst du Step 1, 2 und 3 auslassen und direkt bei Step 4 anfangen. Ich würde das aber wirklich nicht empfehlen. Gerade wenn du mit Steckbriefaufgaben noch unerfahren bist oder dich gerade am Anfang des Lernprozesses bewegst, weiter überhaupt kein Problem ist, easy peasy, würde ich empfehlen, wirklich Step 1, 2, 3, 4 wirklich ganz sauber und ordentlich systematisch aufzuschreiben. Weglassen kann man am Ende immer, wenn man schneller ist. Aber für Übungszwecke ist es cool, wenn man die Steps eben ganz ausführlich so ausformuliert. Step 2 bis 4 ist eben ein reines Informationsmanagement. Gegebenen Infos notieren, mathematisch ausdrücken und ausführlich ausformulieren. Dann bekomme ich nämlich ein Gleichungssystem und das bringt uns zu Step 5. Step 5 heißt, löse das lineare Gleichungssystem. Und hier, so leid es mir tut, kommen wir da leider nicht drum rum. Wir müssen jetzt hier ein lineares Gleichungssystem lösen, aber das ist meistens schlimmer, als es aussieht. Nee, andersrum. Es ist meistens nicht so schlimm, wie es aussieht, weil sich da meistens schon viel aufhebt. Und schau mal rein. In Zeile 16 sehen wir schon, dass C gleich 4 ist. Das heißt, Zeile 16, Zeile 17, Zeile 18 habe ich einfach nochmal dieses Gleichungssystem so aufgeschrieben. Und was wir sehen können, ist, dass eben C den Wert von 4 annimmt und ich kann das in Zeile 19 direkt schon einfügen. Ich füge für C den Wert von 4 ein. Dann habe ich Zeile 19, A plus B plus 4 gleich 3. Da subtrahiere ich auf beiden Seiten 4. Dann habe ich Zeile 21. ist A plus B gleich minus 1. Zeile 22 ist, ganz unverändert, die Gleichung 3. Wenn du da bist, bei Zeile 21, 22, wundervoll. Das ist so wunderbar, weil jetzt haben wir noch ein kleines, feines Gleichungssystem, das wir mit Hilfe des Additionsverfahrens lösen können. Dazu multipliziere ich Gleichung 2 in Zeile 21 mit minus 1 und kriege dann in Zeile 23 minus A minus B ist gleich 1. Gleichung 3 heißt immer noch 2A plus B gleich 0. Damit ist noch ja auch nichts passiert. Und jetzt kann ich in Zeile 25 Gleichung 2 und Gleichung 3 addieren. Ich addiere die beiden Gleichungen, weil sich dann eben B aufheben würde. Ich habe minus B plus B. Deswegen habe ich in Zeile 21 minus 1 multipliziert, damit minus B entsteht. Und wenn ich das addiere, sich das eben aufhebt. Das ist immer die Idee des Additionsverfahrens. Ich versuche, entgegengesetzte Vorfaktoren zu erzeugen. Minus B plus B. B fliegt raus. A bleibt übrig. A ist 1 in Zeile 26. Zauberhaft. A ist gleich 1. Das setzt sich noch in 3 ein. Ich kann es auch in 2 einsetzen, ist völlig egal. B ist dann minus 2. Kriegen wir auch noch raus. Und dann haben wir alle unsere Parameterwerte beisammen. A ist 1. B ist minus 2. C ist 4. Und es bleibt noch Step 6. Der ist ganz angenehm. Notiere die Funktionsgleichung in Zeile 28. Machen wir das. f von x ist gleich x² minus 2x plus 4. Das ist die Gleichung der Funktion, die genau diese Eigenschaften erfüllt, die in der Aufgabenstellung gegeben waren. Wir schauen uns das natürlich nochmal bei Desmos an. Ja, die Ausgangssituation ist hier schon aufgezeichnet. Wir haben einmal den Punkt T. Der hat die Koordinaten 1,3, ist hier in grün dargestellt. Koordinaten von T, 1,3. Dann haben wir den Punkt Groß P hier in rot dargestellt. Koordinaten von P lauten 0,4. Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn der Graph dieser quadratischen Funktion aus, wenn P in rot auf dem Graphen der Funktion liegen soll und T in grün eben ein Tiefpunkt sein soll. Wie sieht das aus? Und da gibt es eben nur diese eine Möglichkeit. Die Möglichkeit f von x gleich x² minus 2x plus 4. Der Graph entsteht in blau und sieht dann so aus. Und hier können wir wunderschön sehen, dass die geforderten Eigenschaften erfüllt sind. P ist Element des Graphen und T ist Element des Graphen und ist gleichzeitig Tiefpunkt. Unsere Funktionsgleichung lautet also f von x gleich x² minus 2x plus 4. Steckbriefaufgaben kannst du also mit Hilfe dieses Rezepts zauberhaft lösen. Wir brauchen insgesamt 6 Steps. Ich würde auch wieder empfehlen, das in diesen 6 Steps zu lösen, weil, naja, dann kann einfach nicht so viel schief gehen. Wenn du dicht an den Steps bleibst, dann gibt es nicht so viele Chancen, dass du irgendwie Fehler machen kannst. Und das ist klasse. Wenig Fehler machen, Mathe-Abi, ist immer eine gute Sache. Step 1, notiere die allgemeine Funktionsgleichung und gegebenenfalls noch die Ableitungen, wenn du Bock hast. Notiere die allgemeine Funktionsgleichung, passend zur Funktionsart, die in der Aufgabenstellung vorher gegeben ist. Step 2, notiere alle gegebenen Infos, notiere alle gegebenen Infos und achte darauf, dass du genauso viele Infos hast, wie Parameterwerte gesucht sind. Hier sind 3 Parameterwerte gesucht, also brauchen wir 3 Infos. Und Vorsicht, wir haben hier zwar nur Funktionen zweiten Grades, aber wir haben trotzdem 3 Parameter. 3 Infos, 3 Parameter, Funktionen zweiten Grades. Notiere die gegebenen Infos und Step 3, drücke die Infos mathematisch aus. f von 0 gleich 4, f von 1 gleich 3, f' von 1 gleich 0. Kurze, präzise Ausdrücke, die dann in Step 4 ausführlich formuliert werden. Formuliere die Infos ausführlich, nutze dafür die Funktionsgleichung bzw. die Gleichung der Ableitungsfunktion. Dann entsteht eine Anzahl von Gleichungen, die insgesamt ein Gleichungssystem bilden und dann müssen wir in Step 5 dieses Gleichungssystem lösen. Step 5 heißt, löse das lineare Gleichungssystem. Hierfür brauchen wir Tools. Das Tool, das ich hier sehr gerne anwende, heißt Additionsverfahren. Das Tool, das ich hier anwende, heißt Additionsverfahren. Damit kann ich die Parameterwerte bestimmen und dann in Step 6 easy peasy die konkrete Funktionsgleichung notieren. Notiere die Funktionsgleichung in Step 6. Fertig. Steckbriefaufgabe, ihr löst. Wenn du noch Fragen hast, wenn also etwas unklar geblieben ist oder etwas zu schnell vorgetragen war, schreib mir gern. Ich freue mich immer über und auf deine Fragen. Ich werde sie immer beantworten, das ist mir ein Anliegen. Geil. Geiler Aufgabentyp, gefällt mir richtig gut. Achte darauf, dass du die Steps gut umsetzt und schau mal, dass du die Sachen eben ausführlich ausformulierst. Gerade am Anfang empfehle ich das ja immer, die Steps ganz sauber und ausführlich anzuwenden. Das ist das A und O einer Abi-Vorbereitung. Aus meiner Sicht zumindest. Apropos Abi-Vorbereitung, wenn du die weiterhin mit mir beschreiten möchtest, schau gern öfter mal in meinen Videos vorbei. Ich habe immer eine ganze Menge Übungsvideos für dich am Start und ich möchte dich ja gut aufs Abi vorbereiten. Ich möchte, dass du da eine richtig, richtig steile Performance hinlegst. Da habe ich Bock drauf. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Tschau und tschüss. Dein Rick Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Tschau und tschüss. Zit? Gebt. Ich freue dich.